Hallihallo! Heute nähe ich eine bestickte Baskenmütze aus Vlies. Messe zuerst ziemlich eng deinen Kopfumfang U. Meine ist 55 cm. Der Durchmesser für den inneren Kreis ist bei mir 55 cm durch 3,14 17,5 cm. Der Durchmesser für den äußeren Kreis sollte mindestens um 14,5 cm, aber nicht mehr als 20 cm, größer als der des inneren Kreises sein. Macht bei mir 32 bis 37,5 cm. Suche dir zwei in diesen Bereichen passende Deckel oder Teller. Lege den Stoff doppelt und zeichne den äußeren Kreis. Schneide die Teile aus. Spitze mal deine Kreide. Ermittele den Mittelpunkt. Zeichne von diesem ausgehend eine Linie. Markiere auf dem Rand alle 3 cm Punkte, bis du einen Viertelkreis erreichst hast. Verbinde alle Punkte mit dem Mittelpunkt. Übertrage den Mittelpunkt mit Hilfe einer Stecksnadel. Durch kleine Einschnitte werden die äußeren Punkte übertragen. Zeichne auch auf dem zweiten Teil die Hilfslinien ein. Erst 3 cm von der Mitte aus fange ich mit dem Sticken an. Entspanne den oberen Faden und sticke den Hilfslinien entlang. Zeichne den inneren Kreis auf das zweite Teil. Gebe noch 1,5 cm Nahtzugabe. Von dort aus sticke wieder die Linien entlang. Schneide nun den inneren Kreis aus. Knicke die Nahtzugabe um und fixiere sie mit Klemmchen. Stelle die Oberfadenspannung zurück auf Auto. Steppe nun den Zaum ganz knapp ab. Lege die beiden Teile rechts auf rechts aneinander. Hefte es mit Klemmchen zusammen, sodass die Ziernähte sich treffen. Steppe es mit der Nähmaschine ab. Dann wieder sehr knapp abschneiden. Jetzt die Baskinmütze auf rechts drehen und die Naht gut drücken. Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal! Fertig!